Berlin, Anfang März 1848. Menschen stehen auf den Straßen. Noch diskutieren sie die Nachrichten. In Frankreich hat wieder eine Revolution gesiegt. König Louis-Philippe ist geflohen. Auch in anderen europäischen Staaten stürzen Regierungen oder geben den Forderungen von Aufständischen nach. Unter den Augen der Obrigkeit und zum Schrecken manchen Bürgers wird Sympathie, ja Begeisterung für den Umsturz in Frankreich laut. Ohne behördliche Genehmigung finden im Tiergarten politische Versammlungen statt. Petitionen an den König werden verabschiedet. In den Kaffeehäusern reichen die Zeitungen nicht aus. Man liest sich gegenseitig vor. Kiel. Gestern Abend war das Publikum im hiesigen Theater sehr erregt. Man verlangte, das Orchester sollte die Marseillais spielen. Indessen kam es nicht dazu und das Parterre begnügte sich damit, Schleswig-Holstein zu singen. Die Nachrichten aus dem deutschen und europäischen Ausland scheinen zu bestätigen, wenn Frankreich das Mutterland der Revolutionen erbebt, dann wackelt ganz Europa. Ein Berliner Buchhändler stellt ein Bild von der Februar-Revolution in Paris ins Fenster und wird von den Behörden zur Ordnung gerufen. Doch in den Zeiten von Eisenbahn und Telegraph kann die Obrigkeit nicht mehr verhindern, dass Nachrichten und Ideen in Windeseile aus Frankreich nach Berlin gelangen. Preußen war 1848 noch eine absolute Monarchie. Der Staat repräsentierte das Königtum von Gottes Gnaden. Die Untertanen hatten zu gehorchen und zu applaudieren. Es stand ihnen nicht zu, sich in die Politik einzumischen und König Friedrich Wilhelm IV. hatte unmissverständlich jede Form von Verfassung abgelehnt. Er wollte nicht dulden, dass sich ein Stück Papier zwischen ihn und sein Volk schiebt. Die Teilnahme an der Politik war den Bürgern verwehrt. Doch ihnen blieb die Möglichkeit, sich zu bilden und zu informieren. Beliebt waren die Lesehallen und Leseclubs. Dort gab es die neuesten Zeitungen aus dem In- und Ausland. Man saß unter seinesgleichen und versuchte, zwischen den Zeilen der Zeitungen zu erfahren, was los ist in der Welt. Zu diskutieren war allerdings unerwünscht. Denn eine Einrichtung, in der unter dem Deckmantel der Bildung oder der Geselligkeit politische Debatten stattfanden, konnte ja die Keimzelle einer politischen Organisation werden. Da schritten die Behörden schnell und unnachsichtig ein. Außerdem wachten die Zensoren streng darüber, dass die Bürger nicht auf unerwünschte Gedanken kamen. Mehr als 30 Jahre dauerte schon der politische Stillstand in Berlin. Doch die Stadt hatte sich verändert. Sie war keine beschauliche Residenz mehr. Seit Beginn des Jahrhunderts hatte sich die Bevölkerungszahl Berlins verdoppelt. Mehr als 400.000 Menschen lebten jetzt in der Stadt. Die meisten Zuwanderer gehörten zur Unterschicht. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Hofes nahm ab. Es gab Fabriken in Berlin. Vor allem textilverarbeitende Betriebe. Die Maschinenbauunternehmen beschäftigten Anfang des Jahres 1848 drei bis viertausend Menschen. Fast zweitausend davon arbeiteten bei den Großbetrieben Borsig und Egels. In den ersten Wochen des Jahres wurden jedoch hunderte von ihnen entlassen. Die Geschäfte gingen schlecht. Preußen stand erst an der Schwelle zum Industriestaat. Die Handwerker und Heimarbeiter litten schon unter der industriellen Konkurrenz. Billige Industrieware aus dem weiterentwickelten Ausland veränderte die wirtschaftlichen Verhältnisse auch auf dem Land. Missernten, der Strukturwandel und eine Konjunkturkrise hatten sehr viele Menschen in bittere Armut gestürzt. Schon im Vorjahr war es in Berlin wegen der hohen Lebensmittelpreise zu einer kleinen Kartoffelrevolte gekommen. Jetzt stehen sich wieder Volk und Militär gegenüber. Immer mehr Soldaten werden in die Stadt gezogen. Ansammlungen auf der Straße werden rigoros auseinandergetrieben. Karl Gutzko bemerkt, Die tägliche Aufstellung des kampfbereiten Militärs weckte bei dem ohnehin necksüchtigen Charakter der Berliner den Kitzel des Widerstands. Nun kam die Kunde, dass hier und da ein Steinjemand an den Kopf geflogen. Ein Säbelhieb tödlich gewesen. Der ehemalige Diplomat Karl August Farnhagen von Ense notiert, Fast scheint es so, die Behörden haben eine wahre Ungeduld, ihre Übermacht tatsächlich zu erhärten. Man wünscht, es möchte nur schon zu blutigen Dingen gekommen sein. Auch in Wien hat inzwischen die Revolution gesiegt. Da entschließt sich der König, ein Pressegesetz zu erlassen und den Landtag einzuberufen. Dieses halbherzige Zugeständnis wird am 18. März durch Plakate bekannt gegeben. Volk sammelt sich vor dem Schloss, die Stimmung schwankt zwischen Protest und Huldigung, manche verlangen den Abzug des Militärs. Plötzlich fallen Schüsse, Soldaten stürmen auf die Menge los. Sofort entstehen überall Barrikaden. Karl Gutzko beobachtet die erregte Menge. Die alte Frau, die in der breiten Straße den Fliehenden zu, rief, Feiglinge steht. Der junge, glühend exaltierte Gesell, der aus einer Trödelbude mit einem alten Säbel gerannt kam. Der kleine Handwerker, der vor mir herlief und mit starrem Auge, wie geistesabwesend, immer mit Zähneknirschen vor sich hin murmelte, nun muss er dran. Es war das einfache, verletzte Menschenrecht, das sie zu Politikern machte. Es fehlt an Waffen. Sofort durchsuchen Aufständische vor allem die Wohnungen von Offizieren. Farnhagen bemerkt in seiner Nachbarschaft. Dabei ging alles mit Höflichkeit zu. Und die Damen rühmten, wie artig die Herren mit ihnen gesprochen, ihnen allen Schutz zugesagt und ihnen sogar ihren Namen angegeben hätten, was als sehr ritterlich gepriesen wurde. Draußen wird erbittert gekämpft. Die Soldaten stoßen auf immer mehr Widerstand. Zarnhagen notiert. Die Vorgänger haben etwas Wunderbares. Zehn, zwölf junge Leute, entschlossen und todbereit, haben Barrikaden mit wohlgezielten Schüssen hinter den Barrikaden hervor, aus den Fenstern der Häuser, mit Steinhagel von den Dächern, siegreich verteidigt. Gegen Kanonen, Reiter und Fußvolk. Ganze Regimenter mussten mit Verlust weichen. Die eigentlichen Kämpfer waren wenig zahlreich. Die Gehöfen aber willig und die Masse günstig. So konnte es geschehen, dass 20.000 Mann Truppen nichts ausrichteten. Je länger der Kampf sich hinzieht, desto mehr schlägt er zum Vorteil der aufständischen Haus. Sie gießen ihre Kugeln direkt hinter den Barrikaden aus den Bleifassungen von Fenstern. Sie erhalten Essen, Kaffee und Brandwein von den Bewohnern der umliegenden Häuser. Die Soldaten sind schon mehrere Tage im Einsatz und übermüdet. Sie haben lange keine Verpflegung mehr erhalten, die Munition geht ihnen aus. Erste Gerüchte machen die Runde, Einheiten hätten den Kampf verweigert oder seien übergelaufen. In der Stadt sind immer mehr schwarz-rot-goldene Fahnen als Symbol für deutsche Einheit und Freiheit zu sehen. Das Gewirr von Barrikaden erweist sich als uneinnehmbar. Haben die Soldaten eine gestürmt, stehen sie vor der nächsten. Gegen Morgen flauen die Kämpfe ab. Das Militär stellt seine Angriffe ein. Jetzt überstürzen sich die Nachrichten. Maueranschläge im morgendlichen Berlin verkünden, dass der König ein deutsches Parlament und eine konstitutionelle Monarchie bewilligt. Er appelliert an die Bürger. Kehrt zum Frieden zurück. Räumt die Barrikaden, die noch stehen, hinweg. Und ich gebe euch mein königliches Wort, dass alle Straßen und Plätze sogleich von den Truppen geräumt werden sollen. Hört die väterliche Stimme eures Königs, Bewohner meines treuen und schönen Berlins, und vergesset das Geschehene, wie ich es vergessen will. Der König gewährt außerdem die Bewaffnung der Bürger, die Gründung einer Bürgerwehr. Überlässt er wirklich die Stadt den Bürgern? Das Militär zieht noch am 19. aus Berlin ab. Dabei stoßen die Einheiten mit den ersten Trauerzügen für die Gefallenen zusammen. Ein Bataillon der Garde, das mit klingendem Spiel abziehen wollte, wird gezwungen, einen Choral anzustimmen und zu präsentieren. In der Brust der Offiziere und Soldaten kochte es vor Wut über die schmachvolle Behandlung, die ihnen vom Berliner Pöbel angetan wurde. Erinnert sich Oberbefehlshaber von Prittwitz. In einigen wohlhabenden Gegenden werden die Soldaten jedoch mit wehenden Schnupftüchern und Beifall verabschiedet. Währenddessen erreichen die Leichenzüge das Schloss. Immer noch mehr Tote werden gebracht. Der König muss auf dem Balkon erscheinen. Und dann erschallt der Ruf. Friedrich Wilhelm nimmt seine Kopfbedeckung ab. Er empfindet das als eine tiefe Entwürdigung. Und für manche konservative Kreise ist seitdem die Ehre des Königs besudelt. Ganz anders empfinden das viele in der Bevölkerung. Die Ehrung für die Opfer der Kämpfe verstehen sie als Beginn einer Versöhnung zwischen Krone und Volk. Und der König versucht den Eindruck zu bestärken, dass er mit seinem Volk einig sei. Am nächsten Tag, dem 20. März, reitet Friedrich Wilhelm demonstrativ mit der schwarz-rot-goldenen Farbe durch die Stadt. Tags darauf werden die Märzgefallenen im Friedrichshain beerdigt. Alle Vereinigungen und Honorationen der Stadt nehmen teil. 200.000 Menschen sollen den Trauerzug gesäumt haben. Die Hälfte der Berliner Einwohnerschaft. Von den insgesamt 277 Märzgefallenen gehört die große Mehrheit den Unterschichten an. Die meisten waren Arbeiter, Handwerksgesellen oder Lehrlinge. Viele wurden von den Soldaten nach der Gefangennahme erschlagen oder erschossen. Nun beginnt die Auseinandersetzung um ihr Vermächtnis. Die Druckereien bekommen viel zu tun. Im Vormärz hatten sich keine politischen Organisationen ausbilden können. Die bisherige Macht ist geschwächt. Aber da ist kein Sieger, der schnell und entschlossen den überraschenden Erfolg nutzt. Die unterschiedlichen politischen Richtungen und die führenden Personen müssen sich erst noch herausbilden. Varnhagen schreibt, Der Sieg der Volkssache überraschte die Sieger ebenso sehr wie die Besiegten. Doch wird der eine große Tag eine lange und tiefe Nachwirkung haben. Die Freiheitsschule für die Deutschen ist eröffnet worden. Und ehe sie wieder geschlossen wird, können sie viel lernen für die Zukunft. Die vermeintliche Einigkeit zerbricht schnell. Anhänger der Republik stehen gegen liberale und gemäßigt konstitutionelle Monarchisten. Eine Unzahl politischer Clubs und Vereine entsteht. Die Stadt ist übersät mit Flugschriften und Plakaten. Die Märzrevolution veränderte den Berliner Alltag. In der Unterschicht war es mit dem Respekt vor Regeln und Gesetzen nie weit her gewesen. Jetzt holte man sich alte, angestammte Rechte zurück, die in den letzten Jahren abgeschafft worden waren. Dazu gehörte das Holz sammeln in den Wäldern. Nun wagte es kein Gendarm, einen Arbeiter zu belästigen, der mit Holz unter dem Arm nach Hause ging. Auch das Ausschütten der Nachteimer in die Spree und ihre Kanäle war ausdrücklich polizeilich verboten. Die Berliner Armen griffen wieder zur billigsten Entsorgung. Die Spree konnte das damals noch verkraften. Die Demokraten wiesen immer wieder auf die leeren Mägen der Arbeiter hin. Dann griffen Leute zu einer Selbsthilfe, die der Journalist Adolf Wolf beschrieb. Nachdem die Volksversammlungen dieselbe Sache behandelt hatten, geschah es, dass eine Art Volkspolizei in der Art geübt wurde, dass starke Menschenhaufen von Laden zu Laden zogen, durch Personen aus ihrer Mitte die Backwaren untersuchen ließen, da wo diese Angewicht zu gering waren, je eins der Corporadelikti an die Ladentüren nagelten und dasselbe mit irgendeiner Umschrift, dies Brot sollte so und so viel wiegen und wiegt nur so und so viel Fasan. Der Magistrat kündigte daraufhin eine Verordnung über das Brotgewicht an. Im Bürgertum ging die Ära biedermeierlicher Zurückgezogenheit und Innerlichkeit zu Ende. Die Männer traten ins öffentliche Leben und zum ersten Mal erlebten sie sich selbst nicht als Untertanen, sondern als Citoyen, als gleichberechtigte Staatsbürger. Zeitgenössische Vorher-Nachher-Bilder beklagten, dass politisierende Männer ihre familiären Pflichten vernachlässigten. Die Klage war nicht ganz grundlos. Die Familie gehörte in den privaten Bereich und der politisch aktive Mann widmete seine Zeit einer Tätigkeit, mit der Frau und Kinder nichts zu tun hatten. Denn Politik sahen damals auch fortschrittliche Demokraten als reine Männersache. Dass Frauen sich politisch betätigen könnten, war allenfalls ein Thema für Karikaturisten. Das Auftreten und die Kleidung wurden legerer in den revolutionären Zeiten. Man gewöhnte sich daran, auf Versammlungen und in Clubs freiweg zu reden. Und in Berlin brachte die Revolution noch eine ganz besondere Freiheit mit sich. Zu den vielen teilweise absurden Verboten, mit denen die Obrigkeit ihre Untertanen belästigt hatte, gehörte auch das polizeiliche Verbot, auf der Straße zu rauchen. Nun ließen die Berliner die Zigarre nicht mehr ausgehen. In Berlin kam eine neue Form des Protestes in Mode, Scharivari oder Katzenmusik. Ein Besucher aus der Provinz erzählt. Nachts fahre ich auf. Ein Tumult, als ob 50 Nachtwächter bliesen, Generalmarsch. Und in der Ferne ein verbrochenes Lärmen, als ob die Frösche eine Krönung ausriefen. Da ziehe ich denn auch die Stiebeln an, um mit dem Vaterlande unterzugehen. Plötzlich tritt mein Wirt herein. Ach, lieber Herr, bleiben Sie doch ruhig. Das ist gar nichts wie eine allmächtliche Katzenmusik. Die nächtlichen Tumulte vor den Häusern politisch unbeliebter Männer erschreckten das Bürgertum. Und mancher war auch beunruhigt, weil nun die Arbeiter in der Politik erschienen. Bis dahin hatten sich nur karitative Organisationen und Bildungsvereine um die Belange des Proletariats gekümmert. Jetzt wurde das Berliner Zentralkomitee der Arbeiter gegründet, aus dem im selben Jahr die deutschlandweite Arbeiterverbrüderung entstand. Das war der Beginn einer eigenständigen Arbeiterbewegung in Deutschland. Präsident des Zentralkomitees war der Schriftsetzer Stefan Born, Mitglied im Bund der Kommunisten. Das Zentralkomitee hielt sich politisch eher neutral. Es trat gemeinsam mit dem Wirtschaftsbürgertum für Gewerbefreiheit und den Fall von Zollgrenzen ein. Und verstand sich vor allem als gewerkschaftliche Interessenvertretung. Nicht nur im Druckergewerbe, wo der Organisationsgrad sehr hoch war, sondern auch bei den Schneidern, Maurern und Tischlern führte das Komitee erfolgreiche Arbeitskämpfe. Der Volksfreund von Gustav Adolf Schlöffel kümmerte sich um eine spezielle Gruppe des Berliner Proletariats, die bald zum Schreckgespenst des Bürgertums wurde. Die Rehberger. Das waren Teilnehmer an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die der Magistrat kurz nach den Revolutionstagen begonnen hatte. Sie sollten die Rehberge im Norden Berlins einebnen. Die Rehberger versuchten sich die sinnlose Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Die oft wild aussehenden Männer lösten Angst beim Publikum aus. Die Rehberger kommen. Auf diesen Ruf läuft die Bürgerwehr zusammen und ängstlich schaut man sich um. Die Rehberger kommen und augenblicklich werden Läden und Haustüren geschlossen. Man rennt hin und her und es dauert lange, bis man sich wieder beruhigt. In Wirklichkeit war es auch Schlöffel kaum gelungen, die Erdarbeiter zu organisieren. Sie führten ein paar kleine Arbeitskämpfe, aber ihre Behandlung verschlechterte sich, je ferner die Revolutionstage rückten. Am 20. März nach den Kämpfen hatte eine Volksmenge das Palais des geflohenen Prinzen von Preußen gestürmt. Nur eine Aufschrift, die den Palast zum Nationaleigentum erklärte, verhinderte dessen Verwüstung. Denn der Prinz, der spätere Kaiser Wilhelm I., war als Wortführer der Ultrakonservativen besonders verhasst. Das Etikett Nationaleigentum sollte die Menge beruhigen. Es formulierte zugleich einen Anspruch. Auch die Ordnungsmacht sollte nun ein neues Etikett erhalten. Bewaffnete Chors der Studenten, der Schützengilde, der Arbeiter und sogar der polnischen Patrioten sollten die Ordnung wahren. Wichtigste Organisation war jedoch die neue Bürgerwehr. Anfangs wurden nur Männer mit vollem Bürgerrecht in die Bürgergarde aufgenommen. Und das waren in Berlin nur wenige Einwohner. Die Staatsbeamten waren angewiesen, sich so vieles der Dienst gestattet, der Bürgergarde anzuschließen. Hohe Staatsdiener, Räte und Geheimräte schützten die Ordnung. Und bald häuften sich die Klagen über die Übergriffe und die reaktionäre Haltung der Bürgergardisten. Den Hohen Herren wurden die Dienste und das ständige Ausrücken bald zu viel. Mit der Zeit sollte die Bürgerwehr immer mehr nach links rücken. Noch im März wagt es der König, erste Truppeneinheiten zurückzurufen. Gustav Julius schrieb in der Zeitungshalle, Und daher können wir kein Militär wieder aufnehmen, ehe es nicht dem Volk verpflichtet ist. Und die Bürgschaft bietet, dass es nie mehr Vermöge des ihm geleisteten Eides als Werkzeug gegen das Volk gebraucht werden könnte. Doch die Revolutionäre sind unentschlossen. Bis zuletzt hatten die Behörden in Erwartung massiven Widerstands gezögert. Als dann aber Einheiten in Berlin einzogen, hatte die Demokratische Bewegung ihre erste große Niederlage erlitten. Die große Mehrheit der Truppen lag allerdings immer noch vor der Stadt. In Spandau und Potsdam warteten die Offiziere darauf, dass sie endlich gegen den verhassten Berliner Pöbel losschlagen durften. Offen wurde davon gesprochen, die Stadt zu belagern. Auf dem Land schlossen sich Honorationen, Staatsbeamte und Gutbesitzer zur Verteidigung der alten Ordnung zusammen. Wilde Gerüchte von revolutionären Gräueln machten die Runde. Die Geistlichen, der besonders staatstreuen protestantischen Kirche, wetterten wieder den revolutionären Ungeist. Der Gegensatz von Land und Stadt sollte sich in den kommenden Wahlen bemerkbar machen. Das frühlingshafte Berlin war im Wahlfieber. Die Demokraten hatten direkte Wahlen gefordert. Doch der alte Landtag, ein ständisches, demokratisch nicht legitimiertes Gremium, verabschiedete vor seiner Auflösung noch ein Wahlgesetz, das indirekte Wahlen über Wahlmänner vorschrieb. Außerdem sollte die verfassungsgebende Versammlung die künftige Staatsverfassung durch Vereinbarung mit der Krone feststellen. Die Clubs und Vereine protestierten, eine Massendemonstration wurde angesetzt und von den Behörden verboten und die Demonstration wurde abgesagt. Die Demokratie hatte eine weitere Niederlage erlitten. Am 1. Mai wurden die Abgeordneten der preußischen und der deutschen Nationalversammlung nach einem Wahlrecht gewählt, das gemäßigte Honoratioren begünstigte. Zu alledem kehrte trotz aller Proteste der verhasste Prinz von Preußen wieder aus dem englischen Exil zurück. Er hatte sich als Abgeordneter des Kreises Wirsitz in die Nationalversammlung wählen lassen, trat dort ein einziges Mal auf und bezog wieder sein Berliner Palais. Die Berliner kümmerten sich vor allem um die preußische Nationalversammlung. Zu der in Frankfurt notiert Farnhagen. Ich konnte gestern nicht einschlafen. Der Entwurf der Rechtsverfassung lag mir im Kopf und drückte mir das Herz. Ich sah darin den Untergang Preußens mit einem Schmerze, dessen ich mich nicht für fähig gehalten hätte. Und die dabei neu zu hoffende Gestalt Deutschlands erschien mir zu ungewiss und fern, als dass ich sie mit voller Freude hätte begrüßen dürfen. Ja, wenn das erbliche Kaisertum uns Preußen zugesprochen wäre, das ließe ich gelten. Die Abgeordneten der Frankfurter Paulskirche sollten ein vereintes Deutschland schaffen. Diese Aufgabe stand im Gegensatz zu den Souveränitätsansprüchen der vielen deutschen Fürsten. Am 6. August zieht eine Demonstration gegen die deutsche Kleinstaaterei und für die Einheit zum Kreuzberg. Als dann stimmten die Mitglieder der Buchdrucker-Assoziation, welche einer riesigen deutschen Fahne mit der Inschrift Freie Presse folgten, das Lied an Was ist das deutschen Vaterland, worauf sich der Zug in Bewegung setzte? Beteiligt waren unter anderem alle demokratischen Clubs und Vereine, zahlreiche Bürgerwehreinheiten und das Zentralkomitee der Arbeiter. Die Bewegung für einen deutschen Nationalstaat verhindert übrigens nicht, dass preußisches Militär in Posen die nationale Bewegung der Polen niederschlug. Schritt für Schritt wurden die Errungenschaften der Revolution wieder zurückgenommen. Der Polizeipräsident verfügte einen Erlass gegen das wilde Plakatieren. Schlöffel, der Fürsprecher der Rehberger, war bereits im April zu Festungshaft verurteilt worden. Aber noch musste mit Prügeln rechnen, wer sich mit der schwarz-weißen Preußenkokarde auf die Straße wagte. Doch das Schreckgespenst der Revolution verblasste. Preußische Konservative traten auch in Berlin wieder auf. Die verfassungsgebende Versammlung beschäftigte die Clubs und Stammtische in der Stadt. Man schrieb Petitionen und gab Erklärungen ab. Wichtigster Streitpunkt war das Selbstverständnis des Parlaments. Würde es die Revolution anerkennen und sich damit als verfassungsgebende Versammlung aus eigenem revolutionärem Recht verstehen? Riesige Mengen an Papier gingen ständig bei der Nationalversammlung ein. Das Parlament verabschiedete am 9. Juni die Formulierung Die Märzereignisse, denen wir in Verbindung mit der königlichen Zustimmung, den gegenwärtigen staatsrechtlichen Zustand verdanken. Eine Großdemonstration zum Friedrichshain, bei der trotz Verbots viele Bürgerwehreinheiten teilgenommen hatten, hatte die Abgeordneten nicht umstimmen können. Eine Gruppe von Demokraten beschuldigte das Parlament des Verrats. Und Stefan Born höhnte, Ach, warum können wir nicht eine königlich-preußische Revolution machen mit dem Willen und der Genehmigung der Regierung? Unterdessen gingen Gerüchte um, Soldaten würden heimlich die Waffen aus dem Zeughaus wegschaffen, damit die Berliner einem Angriff von außen wehrlos ausgeliefert seien. Am 14. Juni stürmte eine Menschenmenge das Zeughaus, um die Volksbewaffnung in die eigene Hand zu nehmen. Der Angriff endete kläglich. Bürgerwehr, Studentenkurs und Handwerkerkurs nahmen den Eindringlingen die Waffen einzeln wieder ab. Es gab dabei zwei Tote. Ein biederer Bürger dementierte am nächsten Tag per Plakat, dass er geschossen hätte. Einige Tage später wurde in Frankreich der Juni-Aufstand blutig niedergeschlagen. In der eben erkämpften Republik war die Reaktion an der Macht. Und in Berlin rüstete der Magistrat eine neue Polizeitruppe aus, die Konstabler, die sich schnell durch ihr provokatives und brutales Auftreten verhasst machten. Es häuften sich Krawalle ohne erkennbares Ziel. In Charlottenburg, damals ein konservatives Kaff vor den Toren Berlins, wurde eine demokratische Versammlung auseinandergeprügelt. Daraufhin demolierte eine empörte Menge in Berlin das Gebäude des Justizministers. Doch im September geschah etwas für Preußen Unerhörtes. Soldaten revoltierten. Einheiten in Potsdam hatten eine Petition unterzeichnet, in der reaktionäre Offiziere aufgefordert wurden, ihren Abschied zu nehmen. Als die Anführer in Arrest genommen wurden, zogen die Soldaten in die Stadt, um ihre Kameraden zu befreien, verbrüderten sich mit den Bürgern und ließen sich auf eine heftige Auseinandersetzung mit herbeigeeilten Garde-du-Chor-Einheiten ein. Der Krawall bewies, dass demokratische Ideen auch unter den Soldaten umgingen. Vor allem in Berlin stationierte Einheiten waren beeinflusst. Farnhagen berichtet, Ein Soldat hier sagte zu einem Volksmann, wenn's losgeht, so schießen wir hoch und ihr nehmt nur unsere Rackers von Offizieren aufs Korn. So ist uns beiden geholfen. Das wichtigste Instrument der alten Macht wurde allmählich unzuverlässig. Konflikte aber auch auf der anderen Seite. Im Oktober erschoss Bürgerwehr bei einem Arbeitskampf neun Erdarbeiter. Der demokratische Club protestierte dagegen. Doch viele Arbeiter verloren die Lust, sich für so eine Revolution zu schlagen. Am 31. Oktober kommt es zu einer Sturmpetition an die Nationalversammlung. Preußen soll dem belagerten Wien beistehen. Auf den Krawall vor dem Parlament hat der Hof nur gewartet. Der König befiehlt angeblich zum Schutz der Abgeordneten den Umzug der Nationalversammlung in die Stadt Brandenburg. Die Parlamentarier weigern sich Berlin zu verlassen. Das revolutionäre Wien fällt. Friedrich Wilhelm fürchtet die Revolution nicht mehr und handelt. Er erklärt die Nationalversammlung für ungesetzlich und die Bürgerwehr für aufgelöst. Truppen marschieren in Berlin ein. Kommandeur von Wrangel verhängt den Belagerungszustand. Die Nationalversammlung wandert, verfolgt von Soldaten, noch ein paar Tage zwischen verschiedenen Sitzungslokalen hin und her und wird schließlich von einer Militäreinheit auseinandergetrieben. Es gibt keinen Widerstand. Die Stadt bleibt ruhig. Die Soldaten suchen nach Rädelsführern, nehmen Haussuchungen und Verhaftungen vor. Die Bürgerwehrmänner müssen ihre Waffen abgeben. Eine strenge Sperrstunde herrscht in der Stadt. Ansammlungen unter freiem Himmel werden ohnehin nicht geduldet. Die Gaststätten müssen um 10 Uhr schließen. Vor allem in den Lokalen für das niedere Volk achtet die Obrigkeit streng auf Einhaltung der Sperrstunde. Der preußische Untertan muss alle seine demokratischen Errungenschaften von sich geben. Preußische Truppen helfen mit, die Reste der Revolution in Deutschland zu beseitigen. Das Berlin des Belagerungszustandes machte einen deprimierenden Eindruck. Das öffentliche Leben war erloschen. Die Tore sind offen. Die Straßen sind frei. Aber man hat dennoch das Gefühl, sich in einem Gefängnis zu befinden. Viele waren geflohen oder saßen im Gefängnis. Eine große Zahl jüngerer Demokraten wanderte nach Amerika aus. Die Daheimgebliebenen zogen sich in private Zirkel zurück. Am 5. Dezember erließ der König, der sich wieder als Herrscher von Gottes Gnaden bezeichnete, eine Verfassung. Wichtige Bürgerrechte waren darin festgeschrieben und gleichzeitig alle Möglichkeiten offengelassen, sie zu missachten. Während der nächsten Jahre wurden alle demokratischen Bestrebungen konsequent verfolgt und unterbunden. Der altersweise Farnhagen schreibt, Diese Zeit sieht für die Freiheit düster aus. Die nächste wird wahrscheinlich noch dunkler sein. Schadet nicht. Es wird doch wieder hell werden. Was habe ich nicht schon erlebt? Genug der Hoffnungen. Frisch drauf los. Die Geschichte gehe weiter. Es blieb lange dunkel. Als Folge der Niederlage arrangierten sich in den nächsten 100 Jahren große Teile des deutschen Bürgertums mit der preußischen Mischung aus Patriotismus und Obrigkeitsstaat. Und dennoch war 1848 der Anfang der Demokratie. Die Clubs, Vereine und Vereinigungen waren die Urform der Parteien und der Arbeiterorganisationen. Es blieb die Erfahrung, dass Mächtige gestürzt werden können und die Freiheit, auf Berlins Straßen zu rauchen.